Hallo, wie verhalte ich mich, wenn ich eine tote Katze auf der Fahrbahn finde? Immer wieder sieht man von Autos erfasste tote Katzen am Straßenrand liegen. Die meisten Menschen fahren leider weiter. Aber mit Sicherheit gibt es jemanden, der sein Tier schmerzlich vermisst und nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Kümmert sich keiner, wird die Katze von der Straßenmeisterei eingesammelt und entsorgt. So bleibt Mietze auf ewig vermisst und die Ungewissheit quält den Besitzer. Was ist also in solch einer Situation zu tun? Ich halte erstmal an. Für solche Fälle habe ich immer einmal Latexhandschuhe und eine Decke oder ein Handtuch im Auto. Und damit bewaffnet packe ich die Mietze ein und bringe sie zum nächsten Tierarzt oder in die Tierklinik. Damit man dort checken kann, ob das Tier gechippt oder tätowiert ist, um so den Besitzer zu ermitteln. Das ist für denjenigen, der die Katze von der Straße einsammelt, kostenlos. Der Tierarzt informiert dann den mit Sicherheit sehr dankbaren Besitzer über den Verbleib seines Tieres und der Besitzer kann seine Katze dort dann abholen. Wenn kein Besitzer ermittelt werden kann, bleibt das Tier beim Tierarzt und einmal in der Woche kommt dann ein Unternehmen, das die bis dahin gekühlten Kadaver abholt und entsorgt. Die Kosten übernimmt bei einer größeren Tierarztpraxis der Tierarzt. Ist es mir aus verschiedenen Gründen nicht gleich möglich, die Katze zu transportieren, deponiere ich die Mietze zum Beispiel in der Nähe eines Gebüsches vor meiner Weiterfahrt so, dass ich eventuell auf dem Rückweg anhalten und sie einpacken kann. Hat der Tierarzt schon geschlossen, kann man die Katze mit heimnehmen oder an einem im Idealfall gekühlten Ort lagern bis zum nächsten Tag und dann zum Tierarzt bringen. Dass sich das Anhalten auf der Autobahn schwierig gestaltet, ist klar. Menschensicherheit geht immer vor. Dann kann man aber die Sichtung des toten Tieres bei Tierheimen oder Tierschutzvereinen anzeigen. Diese fahren gegebenenfalls hin und schauen mit einem Lesegerät nach einem Chip. Man kann die Sichtung ebenfalls in den entsprechenden Gruppen bei sozialen Netzwerken posten und die eventuellen Besitzer können zu einer ruhigen Stunde selbst schauen gehen. Ungewissheit nagt und kann zermürben und die Straßenmeisterei ist leider schnell im Entsorgen der Tiere und die gucken nicht nach einem Chip oder nach einem Tattoo. Ich selbst habe auch schon ein paar tote Katzen von der Straße eingesammelt und wie oben beschrieben gehandelt. In fast allen Fällen konnten die Besitzer ermittelt werden. Die waren wirklich sehr froh über die Gewissheit, auch wenn das ihre Katze nicht wieder lebendig macht. Ihr werdet sicher auch erleichtert zu wissen, was mit eurer Mieze dann passiert ist. Es gibt immer einen Weg zu helfen. Deswegen danke an all diejenigen, die schon mutig gehandelt haben und an die, die es zukünftig tun werden. Passt euch ein Herz. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.